also da ist noch was in Prozent der mittleren Kiste. Wo kommen die vier Creeper auf einem Fleck her? Alter! Gemeinschaftsbundung zuhören Ja, die Spawners angeblich im Rudel Na geil Na super Ja, nicht nur Creeper Alle Ja, mir ist aber anderes lieber als Creeper Na, so auch wieder recht Oh ja, so eine Spinner-Media hätte ich gerne Ja, würden sie auf meiner Seite ist? Gerne Ja Sauber Ich hab mir mal ein Video angeschaut, wie einer irgendwie so einen Reitwolf hatte da als Mod und dann mit hunderten von Wölfen mit knapp hundert Wölfen gegen hundert Creeper gekämpft hat Ja, ist klar Hinterher war alles bombardiert Das ist normal, die fliegen hier an der Luft Nein! Ehrlich! Ich denke, die zwischen nur und machen nix Wie Piñatas Was? Kommt neu jetzt drauf Viva Piñata Ja, das spielt irgendwie episch, aber irgendwie Starter Mist auch So... ähm... Sticks kommen hier hin Green, ich werde nass Nicht nur... uuuhh! Green, ich werde nackt jetzt Jetzt werde ich dir ganz feucht hier So... äh... Jugendfrei bleiben, Jungs, Jugendfrei bleiben Wer hat jetzt eigentlich noch nicht, äh, Dinge zu bekommen? Was? Brot? Ja Ich Ich hab auch kein... ich hab auch kein Brot Ja, dann komm her Ja, ich hab keine Ahnung, wo ich bin Hier müssen wir gleich mal wieder die Koordinaten geben Ach stimmt, du bist ja irgendwo... Auf... auf Streife Ja, 1, 2, 1 Und nebenbei ein paar Modskillen Willigstens... Hast du ne Ahnung gehabt, wo du ungefähr bist? Ich hab nicht... ich weiß nicht, wo meine Sachen sind Okay... äh... Alter, wo bin ich... Oh, scheiße Ich baue einfach mal drei Kompasse Was ist eigentlich die Mehrzahl von Kompass? Kompasse hört sich irgendwie scheiße an Ja... Ähm... ne, den Witz lass ich lieber nicht ab Kaktuschen Was ist denn die Kaktus? Ja, ich behalte einfach permanent einfach ein... äh... Dingens Ball Was ist denn Kaktus? Die Mehrzahl davon Kaktien So... naja... und dazu den Witz Was? Dazu den Witz So, Bali Wo bist du zurzeit? Wahnsinn, der Clure von Kompass Leute Der geeigneten Platz für den Leuchtturm Ah, okay Der Plural von Kompass Und ich glaub ich hab auch schon einen Ja, warte mal, ich erinnere dir das Kompass Kompass Ne, ganz ehrlich, Kompasse, hab's gerade gegoogelt Ich weiß, Kompass Das hört sich scheiße an Was sollt'n sonst sein? Kompass 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 Okay, dann ist er aber nicht sehr grad weit Ne, das ist direkt hier, ähm, äh, überm... also ein bisschen weiter da hinten am Berg Ja, muss aber auch dann am Wasser sein Ja, da ist ein Berg und da, äh, ist so ne Flussmündung Okay, hier, pflanz mal bitte nach Oh, ich glaub ich bin ein bisschen zu weit weg Egal Lauf einfach immer weiter Äh, ja, ich bin hier irgendwie an der Wüste und das fängt schon ein bisschen an rumzuspinnen Weil ich glaub nicht, dass es mein Minecraft ist Ja, bei mir hakt das auch grad ein bisschen, aber egal, lauf nicht Ja, bei mir hakt das übelst Ich glaub, ja, jetzt geht überhaupt nicht Ja, wie, bei meinem Server zum Beispiel hab ich auch mit Problem der Wüste Wenn er in der Wüste ist bei meinem Server, dann kackt das ganze Ding ab Ganz im Server Äh, ich weiß nicht, wo ich bin, kann ich... Nö, nö Koordinaten Wir haben am Anfang mal geportet, aber jetzt nicht mehr Äh, 2,90 und... 7,00... Schreibt den Shatter, dann brauchst du den nicht immer wiederholen 2,90 2... minus 2,90 X Alter, was ist denn... alter... Und... 7,7,6... äh... bei Z... äh, 7,76 Wieso hakt das 70? Wenn man so auf die Koordinaten schaut, dann sieht man erst, wie groß das Haus eigentlich ist Hä, was? Vom Garten aus... Komm doch rein, Green Ja, weil eigentlich... recht... ist es recht groß, weil da oben ist es irgendwo 190, hier ist es 160 Ja, ich will irgendwann noch, äh, Dingens anbauen Ja, ich will irgendwann noch, äh, Dingens anbauen Ja, ich will irgendwann noch, äh, Dingens anbauen Halt ne, Plantage für Pumpkins Und wenn 1,9ern jetzt draußen ist Also die offizielle Version Der Balkon sieht ja mal geil... aus Den hab ich gebaut... hier an Den hab ich gebaut... hier an So... So, wer denn jetzt noch, äh, keine... Brote... Ich, aber ich bin nicht da... Ja... Ja, endlich komm mir mal ein paar Tiere, ey Ach ja, wir sind ja nur noch 5... stimmt ja Geht so, ach, hast du nicht weggegangen Greeners, hab ich dich nicht recht gegeben? Ne, mir hast nichts gegeben Ja, wo bist du? Auch, ich komm rein runter zu dir Jetzt haus, komm ich da rein Hol, du Okay, hier 1,2,3,4,5 Äh, Holz ist hier direkt vorne Ja Äh, wenn lauf ich 10.000 mal dran vorbei Die restlichen Brote, äh, ach komm, ich mach mal ein Stack, äh, Brot Ey, kann tatsächlich bald mal hell werden, so langsam pisst mich die Dunkle echt an Ja Äh, mit dem Disconnecten, dass, äh, wir im Schlafen gehen Ja, so im Moment geht's, also hier spawnen gerade irgendwie überhaupt keine Mobs Ja, das ist irgendwie voll komisch Bei mir im Singleplayer sind auch nie Mobs gespawnt Das ist irgendwie voll komisch Wart mich nicht So, äh, Wali würds mir gleich mal deinen Platz zeigen Wartest du den Karo, ey Was? Ob du mir deinen Platz gleich mal zeigen willst Ja, warte, ich mach oben nur noch schnell die Tür rein Ach, den wäre ich meinst, wahrscheinlich diese komische Klippe da hinten So ein halber Abhang Ne, ja doch Komm, mit Hörer, Sporn Zylanz Ja, warte So, weg damit, freu ich mich So, wo bist denn du? Ja, hier direkt Du hast schon einen Pilz ausgebaut Das Dach sieht cool aus, was gut hingekriegt Äh, wo bist du jetzt hin? Halt, ich seh dich Halt, ich seh dich Ey, ich bin dafür, dass wir uns alle mal so eine Map runterladen und so einen Waypoint machen Und Ich kann euch nur gut empfehlen Da hinten sieht man schon leicht den Fackelschein, habe ich schon angefangen bisschen zu graben Ich will, dass man von unten in den Berg reingeht und dann da oben in den Berg, äh, von dem Berg hochgehen kann Zum richtigen Leuchtturm Okay, also von unten nach oben laufen kann, oder wie? Hm Ja, aber unterirdisch muss es halt dann auch noch sein, dadurch, dass wir U-Bahn heran setzen wollen Das wird auch U-Bahn Ja, man kann ja hier nach oben und nach unten bauen Alter, wenn mir das Pilz aus hier Sag mal das raten Nicht mir Aber egal, lass es einfach stehen Ah, immer diese scheiß Pilze Ah, Creeper Geh weg Ah Ja, hab ich schon angefangen auszuhören, da ist meine Spitzhacke kaputt gegangen Ich geh dann mal schnell zurück und hol mir ne, äh, baum mir ne neue Kann man machen nur, wir müssen jetzt mal über ihre Größe diskutieren Ja, ich würd sagen, so hier, hm Ja, muss ja auch rund sein Verdammt, jetzt bin ich irgendwo runtergefallen Nee, jetzt muss noch eins hier in die Richtung Ja, warte, ich, äh, baum mal ganz kurz bisschen Sand ab, äh, Dreck Wollt ihr einer mitgucken? Wach, wobei Wegen Leuchtung Müssen du Ja, 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 ja Ja, warte mal, bis alle da sind, würd ich sagen Ja, äh, bring mal ruhig nen Stackholz mit rüber Dann fangen wir jetzt mal hier das Projekt an, dann haben wir mal was vernünftiges, was man machen kann Ja, ich bin wieder da Uuuuuh Falls soll ich mitbringen, ne? Ein Stack durch, oh, ein Creeper Oder, ne, brauchst du eigentlich gar nicht zu viel, hier oben ist ja auch ein schöner Teil Wolfgang, pass auf Hello, warte Ne, Blue oder Blow Blue oder Blow Blue oder Blow Keine Ahnung Aber muss man halt gucken, wie hoch wir uns das da hinten machen Weil das soll ja auch schon halbwegs so Shifting uns sein und nicht nur so ein kleiner Plus Boxkipp Boxkipp was auch Wir machen so wie Kronk Wieso Ganz ehrlich Du weißt schon, dass wir ihn nicht nachmachen wollen Wurde sagen Wurde sagen Es war schon, dass wir Na gut, ich weiß nicht, was ich hier Ja, ja, wir machen Schipo das an Nein Das sowieso nicht und wir machen ihm nicht nach Toll, jetzt hab ich alle meine Brote eingelagert Mist Bring mal bitte, äh, fünf Brote mit Ja, ne, ich hab's Ja, schreib mal um die Koordinaten im Chat, dass die anderen dann auch mit herkommen können Hab keine Lust Ja, hier ist irgendwie ne doofe Stelle Hier hat, äh, ist nirgends irgendwie Wasser so wirklich, außer da so ein bisschen Aber, ne, hier ist ne doofe Stelle, das soll auch vernünftig Sinn haben und nicht irgendwas Also hier eher nicht Nein, das lohnt sich nicht Das soll auch vernünftig Sinn haben und nicht einfach irgendwo hingeklatscht sein Äh, vielleicht irgendwie ins Wasser oder so Ja, aber dafür müssen wir erstmal dementsprechend auch ein großes, beziehungsweise ein tiefes Meer finden, dass wir das so machen können Wieso, das ist doch direkt vor unserem Haus ein großes, tiefes Ja, kann man mal gleich gucken, ob wir irgendwas finden Wo seid ihr denn eigentlich alle? Hier ist ein Loch im Haus Äh, was macht ihr da ganz unten? Wir haben uns verlaufen Äh, seid ihr irgendwie mit Nino oder so? Äh, ich bin vorne irgendwo reingeflogen, ja Oh mein Gott, ein Creeper Und ich bin im hinterher, weil ich dachte, ich krieg ihn wieder raus, oder? Du weißt ja meine Orientierungskünfte Der böse Creeper, Mann Wo? Böse Creeper, Mann Vor dir, du blind Fisch Ach, halten Das ist kein blind Fisch Ich kann einfach nur nicht gucken Mein Gott, es kommt Das hab ich gehört Wer ist da? Ey, ich hab Durchgang gefunden Cool Kennen wir das Loch nicht irgendwoher? Lassen wir die Brote halt voll wenig Ja, ist auch wenig Ja, ist auch wenig, aber wir brauchen halt Fleisch Echze Äh Kennen wir das Loch nicht irgendwoher? Irgendwo schon, ja Das ist doch, da hab ich reingefallen bin Lass dann da aus rum und dann hinten wieder rein, ey Schon geil Ja, hier hinten bin ich durchgegangen Hier seh ich jetzt noch, dass ich durchgekramen habe Yeah Sieben Knochen, wir können uns neue Dinge entzuchen Oh Creeper What the fuck, ein Schaf What the Ey, ihr solltet keine Sprengaktivitäten finden Ich komme Das ist alles seine Schuld Hexe, ich komme Kann mal bitte irgendwer zu mir kommen Hexe, wo bist du? Ach doch Äh Hier War der Sach noch da? Ja Die liegen hier Okay Die hüpfen völlig herum Ein bisschen scharf schon Das freut mich auch Boah, hier mitten im nirgendwo ein tiefes Loch Hast du hier einen Sandblock vergessen? Oh ja, wo? Oh, in der Höhle Mach dich da aus Haha, ich mach dich da aus Zuspielt Was denn was ist hier? Oh nein, ich höre, dass ich mehr kann Ah, was ist das? Oh, ein Schaf Ja, das habe ich auch gerade gesehen Oh, hör auf, es fürchtet sich im Dunkeln Ich fühl mich auch dumm, weil du erst mal so wollt Ich komm ich hier wieder raus, alles zum Beispiel Das kann sein Das kann sein Alter, versteht jetzt irgendwie auch mich Ich stehe die Jagd nicht eröffnet, habe ich gesagt Skelett? zufällig? Äh Lass mich hier weg Ich bin schon wieder angegriffen Ich schlaufe noch mal kraten ein bisschen durch die Wildnis, ne? Ja, such mal Platz Ja, ich hab vor allem Fleisch Oh, hör auf, geh weg Demodischer Sandblock Demodischer Sandblock, bleib fern von ihm Äh, ich komm sofort wieder Das kennen wir ja Green, helf mir lieber Ich hab das exotische braune Schaf gefunden Wobei Ja, hier alles rausreißen So Ich will rote Blumen sammeln Warte mal Das ist auch rot